Hey was geht hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen wir gehen mal durch die Küche. Schauen wir mal was uns erwarten wir. Okay Bilder, Bilder. Ja was haben wir hier? Hier können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Ashley ist hier. Warte was haben wir hier? Okay. Müssen wir, warte mal. Ja das machen wir doch. Okay die Schlange brauchen wir, aber wo ist die Schlange? Okay die Schlange haben wir mal. Blutverschmierte Schwert. Wozu soll das gut sein? Hm, ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Okay sonst habe ich hier gar nichts. Ne. Wir haben auf jeden Fall nen Shirt bekommen. Goldene Schwert. Goldene Schwert. Verrostetes Schwert. Eisenschwert. Die Bilder mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder erzählen die eine Geschichte? Ich glaube hier muss das verrostete Schwert. Ein rostiges Schwert mit einer beschädigten Klinge. Es ist stumpf und dient nur zum Ausstellungszwecken. Ausstellungszwecken. Okay dann nehmen wir hier. Äh das tun wir hier rein. Ein blutverschmiertes Schwert. Es ist stumpf und dient nur zum Ausstellungszwecken. Hier blutverschmiert. Dann hier das Goldene. Ein prächtiges Goldschwert. Es ist stumpf und dient nur zum Ausstellungszwecken. Warte und hier das Eisenschwert oder? Der Profi. Okay das mussten wir halt in einer richtigen Reihenfolge machen. Sonst haben wir hier nix. Ne. Das war ja auch nie so schwer. Okay hier haben wir Kisten. Oh du miese Schlange. Wo? Wo ist die? Okay nehmen wir. Eine VIP haben wir bekommen. Ach der wir haben hier gar keinen Platz. Oh. Wieso? drücke ich immer die kacke Windows Taste. Warte mal wir benutzen mal. Ich wollte eigentlich herstellen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aufnahme für den Arsch. Okay bisschen Muni. Wir kriegen sehr viel Muni auf jeden Fall. Okay was haben wir hier? Goldarmreif. Okay. Warte Waffen haben wir nachgeladen. Okay was geht hier ab? Okay hier müssen wir zwei Symbole aktivieren. Und die Schlange. Wo ist die Schlange? Warte. Ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Ja aber ich brauche immer noch die Schlange. Au jetzt kommen wir runter. Wo ist die Schlange? Ja wir müssen dann rüber oder? Oder wir können hier. Nee hier können wir nicht rüber. Er schlägt schon mal hier. Denk nicht mal dran das nachzumachen. Okay sehr gut. Also er schlägt du bist jetzt ab sofort alleine. Unverwegs. Gebelast es mir schon die ganze Zeit. Wo gehst du hin? Ja wo ist sie? Da ist sie. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf nem Kronleuchter springen. Ey wieso? Wer bist du meine Mutter? Hoho der geht direkt auf Mutter. Leon der Alte. Leon der Alte drauf kriegen. Warte wir gehen mal hier hin. Hier haben wir etwas. Warte mal. Nein. Ja ok das war dumm. Es sieht hier jetzt zugegangen. Die sehe ich nicht von hier. Jo hier haben wir nen Schatz. Goldene Sanduhr haben wir bekommen. Okay. Okay das haben wir hier. Wir können eigentlich die Sachen verticken. Weil der Händler ist ja in der Nähe. Ja komm. Machen wir. Achter wie kommt die jetzt hierher? Ja warte wir verkaufen auf jeden Fall die Viper. Komm. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Ich kaufe fast alles. Das verkaufen wir. Zweimal. Die und die Viper. Ah. Dafür lass ich einiges springen. Sachen können wir immer noch nicht verbessern. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Da wären noch neue Waren die dich interessieren könnten. Raketenwerfer. Komm jederzeit wieder. Okay machen wir. Okay wir sind hier. Wir sind hier. Wir gehen hoch. Ja da unten haben wir noch etwas. Aber da brauchen wir ja den Schlüssel. Hier ist gar nichts oder? Ne. Unten sind ja noch Sachen. Ja okay die Tür bleibt auf jeden Fall offen. Das ist schon mal gut. Ja wir können auf jeden Fall da lang gehen. Aber wir haben hier noch etwas. Ne hier haben wir gar nichts am Boden. Ich dachte da wäre so eine Truhe oder irgendwas. Geh rein da. Gewehr Munition. Ja gewähren wir ein bisschen. Das sieht doch viel zu ruhig aus ey. Seien Sie gegrüßt Mr. Kennedy. Sind Sie bereit das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere. Der Eterritter beschützt die schöne Prinzessin. Oh. Okay. Kommen da jetzt sehr viele Gegner oder? Das ist doch viel zu ruhig wieder. Ich glaube das ist dann unser Endbus. Okay wir. Ja komm da ist ja gar nichts. Was haben wir hier? Parasiten und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt. Aber man weiß nicht wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Discoletium. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert? Verändern sie deren Verhalten sobald es abends kühler wird. Zur Zeit wenn das Vieh Gras klettern die infizierten Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen der Parasiten manipuliert den Wirt um in den Körper des Entwirts zu gelangen. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen darauf hin an die Wasseroberfläche wo sie verbleiben bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Leuchkolodrium. Die Sporenzyten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecken wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu auf die Vorderseite eines Blattes zu kriechen wo sie gut zu Vögeln gesehen werden können. Sobald er vom Vögel gefressen wurde erreicht der Parasiten sein adultes Stadium. Die machen hier alles um gefressen zu werden oder? Ok da kommen wir nicht hin. Ja das ist halt immer so damit sie sich alle verbreiten. Ok was geht hier ab? Ey sie ist doch viel zu ruhig hier. Warte wir können da speichern. Sollen wir speichern? Leute das Ding habe ich ja gar nicht gesehen. Ja komm wir speichern mal. Ja Kapitel 7 Kapitel 7. So dann würde ich sagen Ashley beiseite. Gehen wir mal weiter. Office nachgeladen. Es gibt noch einen Gang. Ok rein da. WTF. Hier wird ne Kurbel und ich höre gegen ihn auf jeden Fall. Ja wir brauchen das mal ne Kurbel. Sie sind hier! Ja ich hab nur einen schon wieso. Oh nö die kommen ja von allen Seiten. Lass sie runter. Warte warte warte. Warte warte warte. Oh Stiche. Haben wir. Hier war für kurz nachgeladen. Ashley komm her. Ashley komm her. Ok weg mit dir. Boah das ist so knapp. Ok beide. Ok weg weg weg. Warte warte warte. Ok weg weg weg. Ok, haben wir, haben wir, aber der ist noch einer. Ok, ich glaube wir haben alle. Auf einmal kommen da 50 Gegner wieder. Der ist noch einer. Ok, vier Schüsse in die Brust. Bei den Mitteln. Ok, erstmal die Waffen nachladen. Ok, Gewehr noch. Ja, wir können eigentlich herstellen, aber wir lassen mal. Ok, ich höre wieder Gegner. Ja, aber wo? Boah, bestimmt unten. Warte mal, wir looten mal. Unten ist das Rad. Warte, wir looten mal hier alles. Sonst, ja doch, wir haben wir was. Also ich loote mal hier alles. Dann gehen wir runter, weil unten sind glaube ich bestimmt noch einige. Machen die ein Ritual oder was machen die? Ok, haben wir alles? Ja, da brauchen wir den Ding. Ja, wir haben alles. Ok, hier kommen wir hoch. Vielleicht kommen wir gar nicht runter. Ja, warte, wir gehen mal zur anderen Seite. Wer macht die Ritualen? Bestimmt die Kapuzen, Heinis, oder? Okay, erstmal mitnehmen. Warte, wir schalten. Ja, genau. Warte, wir können ja auch so machen. Oder auch nicht. Es geht auch so auf jeden Fall. Warte, die laden wir mal nach. Na toll, es hat Zähne. Ja, die machen wir so kaputt. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Boah, da kommen bestimmt noch welche. Ja, hier brauchen wir die Kurbel. Ja, wenn wir die Kurbel machen, kommt das Safe welche. Brauchen wir nicht. Entweder kaum in jetzt sehr viele, oder? Okay, wir haben auf jeden Fall Granaten. Haben wir hier etwas? Ah, ich will nicht zu Kurbel. Kurbel ist gefährlich. Ja, wir müssen zu Kurbel. Kann ich nicht was anderes nehmen. Okay, rein da. Damit sollte es gehen. Glänzendes Metallrad. Gegegner kommen erstmal nicht. Okay, wir benutzen mal die hier. Okay, ich habe jemanden gehört. Die Frage ist, wo? Guck mal, die kommen schon da runter. Alter, wo? Eieie, guck mal, die kommen jetzt von überall, ey. Okay, die ist weg. Aber wo kam die eine, die auf uns geballert hat? Junge, die Asos ja. Alter, die finden wir. Da. Sniper-Duell. Stingray ballert einfach. Okay, was haben wir hier? Guck mal, das ist schon einer. Oh nein. Oh nein. Oh, diese Feuerpfeile wieder. Vorsicht! Verdammt. War ja klar. Den habe ich gar nicht gesehen. Aus dem Weg. Wir sind mine. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Warte, haben wir? Nein, haben wir nicht mitgenommen. Ja, GG. Warte, 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 warte. Darstellen. Boah, die regen mich aber. Junge, die lebt immer noch. Ei, 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 ei. Okay, haben wir irgendwie. Guck mal, da schießt noch eine. Da. Warte. Warte, wir können eigentlich. Gewehrmunition nein 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 nein. Wir brauchen Flint Nunition. jetzt können wir nachladen ok da kommen jetzt auf jeden fall viele gegner müssen auf jeden fall immer die scharfschützen wegballern warte wir haben ja das rad bekommen hier rein da noch sind wir nicht sicher da kommen noch einige oder haben wir hier etwas ja wir können auf jeden fall zurückgehen hatte wir gucken mal was es hier so gibt grünes kraut wichtig und wir können auf die andere seite gehen ashley beruhigen sie sich hatte es fühlt sich an wie ruhe vor dem sturm hat hier war doch der eine scharfschütze oder oder der mit die eine mit dem armen brust junge die droppen ja gar keinen ja nehmen wir mit keine ahnung haben wir haben wir ok let's go ok da vorne kann ich noch rotes kraut was haben wir hier rohstoff handgranate ey das sieht schon sehr sehr episch aus hier der gang aber jedes mal die kurbeln zu suchen wäre mir stressig eine versteckte plattform bisschen übertrieben findest du nicht ja wir müssen da hoch oder also was haben wir hier schießpulver warte mal wirklich ich glaube wir stellen uns mal ein bisschen blind muni her was können wir mit dem herstellen mp munition und dann habe ich genug und da kommen halt noch welche ja die kommen halt von beiden seiten die 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 Geht ab's Haus. Es nimmt kein Ende. Okay, komm zurück. Oh mein Gott, ich laufe genau da rein. Haben wir die? Okay, das ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Können wir jetzt irgendwie hochgehen? Weil ich würde gerne die Munition gerne haben. Boah, Granaten so stark gegen die Gegner. Mit dem Schild. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal. Okay, grünes Kraut haben wir bekommen. Alter, Gewehr so stark. Okay, was haben wir hier? Okay, wir sind hier in irgendwie so... in einem Garten, oder? Burggarten. Okay, da können wir auf jeden Fall weiter. Verschlossen. Wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Weg. Warte, hier ist schon alles kaputt. Hä? Ja, von da kommen wir. Hier, ihr Moin. Komm. Okay. Boah, das habe ich gar nicht gesehen. Ashley. Ashley hat wieder zugenommen. Das merken wir am Rücken. Okay, die kann uns aufmachen. Schon mal gut. So useless ist sie auch nicht. Hallo. Tür aufmachen. Dankeschön. Kuss geht raus. Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Ja, oder auch nicht. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Quanschi. . Hallo. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020